Ich muss mir was überlegen. Mit der Tastatur, das geht so nicht. Ah, shit. Ah, was? Ah, das war der Schuss, oder? Der hat sie angelockt. Ah, das war der Militär? Ich weiß nicht. Danke Gott, dass es auch immer. Wir haben fast gestorben, wegen dieser B***h und der Ritchie-Trigger-Finger. Das war schade. Das war... Ah, ah, shit. Ah, ah, ah. Das ist es. Das ist doch jetzt nicht wahr. Was ist mit ihm? Es ist sein Herz. Meine Päle. Nichtro-Glycerin Päle? Ja, wir sind weg. Wir haben versucht, zu gehen in die Pharmacy, seitdem wir hierher gekommen sind. Bitte, bitte in da. Behind the counter, wo die Päle sind. Wir haben versucht, die Päle sind nichtro-Glycerin Päle. Bitte, bitte in da. Das, um... Das, um... Doug, du hast es. Und ich bin Carly. Okay, Carly. Du wirst mit Doug mit dem, wenn er es braucht. Für jetzt, bekommst du etwas Reste. Du bist ein guter Schuss. Und ich würde es so halten. Du hast es, Boss. Alles klar. Pillen besorgen. Wo? Hier? Wahrscheinlich nicht. Erstmal, erstmal checken, wie es der Kleinen geht. Hey, da. Hi. Was, was Neues von Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Can I... Can I... Get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. I'll see about that. Ja, wir sollten uns definitiv besser kennenlernen. Are you okay? What? Oh, yeah. Yeah, I'm fine. I just, uh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Uh, being good is good. Despite the circumstances. Yep. Well, sit tight. Okay. Das hat ja super funktioniert mit dem Unterhalten. Was ist das? Ein Energieriegel. Yeah. Sie hatte doch Hunger, ne? Komm, heb auf. Dann bringen wir ihn den... Drücken wir ihm den gleich in die Hand. So. Hoppa. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Hoppa, hoppa. Ja, ich hab mich um sie gekümmert, weil ich bin voll toll. Was ist das? Noch ein Energieriegel. Yeah. Nee, mit denen will ich nicht reden. Die sind... Die sind so seltsam Nazi-mäßig. Was haben wir denn hier alles? Geldautomat. Hey! Den werden wir nicht mehr wirklich brauchen. Da drin. Wie kommen wir da rein? Ist ja irgendwie hier, ne? Ich glaub nicht, dass wir da durch können. Boah. Noch ein Energieriegel. Yeah. Wir sammeln die jetzt. Was ist das? Zeitung. Oh, das fühlt sich wie Jahre alt. Carly, hallo. Du bist ein ziemlich guter Schatz. Well, du bist nicht mit einem Reporter. Es ist besonders einer, der drei Tage aus der letzten Kaffee ist. Du hast sich ziemlich gut behandelt. Wirklich? Ich bin ein Disaster. Ich kann nicht sagen. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. Ähm, der Mann da hat dich gewittert. Der Mann da hat dich gewittert. Der Mann da hat dich gewittert. Ja. Kannst du es glauben? Die Creepen oder Ghouls oder was auch immer sie sind. Die waren unsere Van aparte und der Mann, Doug, kam gerade zur Hilfe. Du kannst nie sagen, wer die heroischen Einen werden, ich glaube. Er ist ein bisschen süß. In dem Kindesbast. In dem Kindesbast. Huh? Huh? Oh, nichts. Wie bist du hier reingeraten? Da steht jetzt auf einmal du. Also, ich... No? Übersetzung ist noch nicht so ganz... Woran arbeitest du? Ach ja, großartig. Ey, ich und Technik. Also, funktioniert eigentlich immer ganz gut, aber... Was haben wir denn? Power? Du hast recht, es funktioniert nicht. Es würde ja wenigstens irgendwas leuchten oder so. Weiß nicht. Drehen wir es mal um. Naja, es geht ja nicht an. Da brauchen wir an der Antenne nicht rumspielen. Hm, Batterieklappe. Oh, Mann. Es braucht auch zwei. Danke. Ich wundere gar nicht wirklich, was zu suchen. Hier. Ich habe es gefunden, etwas zu essen. Oh, äh... Danke. Du bist willkommen. Wunderschön, deine Frau nicht zu essen? Sie ist gut. Ich versuche, sie zu essen und zu wateren. Du bist ein guter Gebetrachter. Danke. Ja, ich bin schon toll. Ähm... Pinnwand? IT-Guy, was auch immer. Ähm, Dark-Hane. Hey... Nichts, Glücklich. Willst du nach vorne schauen, um sich zu sehen? Ha, ich bin noch zufrieden. Nein, das Garten da ist geöffnet. Wir können vorne in der Verstärkung sein und sind okay. Ah, ah. Ja, wenn das so ist, dann... Cool. Und wir werden es unterhalten. Wir müssen nicht, dass wir sie hierher zurückbringen, mit irgendwelchen unnötigen Geräusern. Entstanden. Yeah. Jesus. Das schockt dich immer noch? Jetzt ernsthaft? Ich schockt dich nicht. Ich verTubeниere mich. Sie, schockt dich nicht. Sie essen. Sie können, dass alles etwas besser ist. Und wenn sie sie aufhörter sind, dann geht's. Sie essen. Wie ist sie? Sie ist zum Teil. Ich denke, es muss Indemachen sein. Noch ein paar Tage vor allem will das alles geteigen. Ja. Ich glaube, es genauso. Gut, gut, was haben wir hier? Wissen wir die Kombinationen denn nicht? Nee, Quatsch, ich will da ja gar nicht raus. Ich will ja erst mal gucken, was wir da so haben. Befangener Beißer. So, better him than us, huh? Moment, man. Oh, shit. What? Do you know that guy? Um, um. He could be a drugstore employee. So you're saying he might have the pharmacy keys? I'm saying he might have the pharmacy keys. I don't know. It could be anybody, you know? They start rotting and get all cheat up and... Shut up, Doug. Oh, Gott, Lee kennt ihn, oder? Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Oh, Gott. Lee, du weißt, dass er die Schlüssel hat, oder? Oh, Mann. Werkzeugland. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Um, Fernseeladen. Too bad we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlantis in rough shape, that's all I know. Hey, Mann. What are you doing? We can't even think about going out there, unless the keys are out there. For sure. Gut, gut. Die Schlüssel hat er. Und er will da nicht raus, weil er uns nicht glaubt, dass der die hat. Weil wir können ihn, nennen wir nicht, ne? Was ist das denn? Ziedelstein. Hm. Ja, wir sollten definitiv den Typen da drüben durchschuchen. Wir sollten denken, nach dem Mann über die Straße zu suchen. Vielleicht hat er ihn, aber wer weiß, ob er hier wirklich gearbeitet hat. Ja, ich glaube, die weiß das. Ähm, wie bist du hier gelandet? Ach ja, komm, ein bisschen Smalltalk. Wie bist du hier gelandet? Ich bin hier, um mit meinem Onkel zu leben. Er hat einfach die Technik-Stuff und es hat einfach Sinn gemacht. Also, du bist ein Lokal. Du wirst wahrscheinlich die Verkaufs in diesem Ort. Nein, nicht wirklich. Ich bin hier nur ein paar Monate und habe viel Zeit hier. Auf dem Computer? Nein. Ich bin nur... ... was du denkst. Was bist du? Am Computer. Ich bin hier einfach nur durchgelandet. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier versucht, zu Hause zu kommen, seit der Tag zurückgekommen. Oh, also, du wirst dann wahrscheinlich die Verkaufs in der Zeit haben. Ja, ich habe es. Gute Leute. Ja, habe ich nicht. Übersetzung. Ich hoffe, das sieht irgendjemand von den Leuten und korrigiert das gegebenenfalls nochmal. Vielleicht habe ich auch einfach das falsche Pack geholt. Ich weiß es nicht. Ähm, gehen wir mal zurück. Da draußen kommen wir ja offensichtlich nicht sehr weit. Okay, also, das dürfte doch eigentlich mittlerweile klar sein, oder? Eine Batterie. Yeah, wir brauchen aber noch eine zweite. Hey, geht's euch gut? Hey, Lee. Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I appreciate your support. Thank you, Lee. Ja, wie geht's den Dux? He's okay. It was just a shock. We're lucky as hell. Nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How is she doing? Naja, ihre Familie is wahrscheinlich tot. Well, their family's dead, so... That's awful, Lee. Yeah, well... She seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Lee says, she spent days on her own. That takes toughness. But you have no idea, what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone. Stimmt, irgendwie. Ähm, wie ist der Plan? Wollt ihr immer noch das Boot und so? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so... We ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Ach komm, wir sagen's ihnen. Wenn wir jetzt schon... Es... Ja, geht's euch dafür ein bisschen besser als wir? Are you guys all right? We're just fine. Considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Er steht echt neben sich. Sure. Back on Herschels farm. Yeah. I panicked. You know, I'm not proud of it. He can't have a chance. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Yeah, that's rough. I killed that boy. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. We're trying to let it go. Meine Güte, du hast nur deinen Sohn gerettet. Du hast doch das Richtige getan. Ich hab's doch verkackt. Das... Mann. Er ist kribinig. Was machst du, Typ? Hallo? Er läuft grad von alleine. Er geht jetzt einmal drumrum. Ja. Es hat sich jetzt voll gelohnt. Ah, einer Kiegel. Wie kann ich mit diesen Dingen da draußen...